Ich stehe jetzt hier mit einem neuen Mini, der dieses Jahr das erste Mal in der DTTO fahren wird. Wer seid ihr, was macht ihr und was ist das überhaupt für ein Trecker? Wir sind das Team Vollmer, das Team Zoki-Team sozusagen. Wir kommen aus der Nähe von Hamburg, wir liegen genau zwischen Bremen und Hamburg. Das ist ein Jugendtraum von mir, mal ein Mini fahren zu dürfen. Und wir haben jetzt mal nach langen Jahren einen gefunden und dementsprechend habe ich mit einem Teamkollegen Paddy dazu gewinnen können, dass wir zusammen das Team aufbauen. Tobi ist heute mal zum Zugucken mit dabei gekommen, gehört auch jetzt mal heute zum Team. Ja, das gehört also zu uns. Ja, dann habt ihr meine nächste Frage eigentlich auch schon beantwortet. Wie seid ihr draufgekommen, ein Mini zu bauen bzw. zu kaufen? Ich glaube nicht, dass ihr den ja selber gebaut habt, glaube ich. Nein, den haben wir erworben, da wir es zeitlich leider nicht schaffen, den Mini aufzubauen. Und daher haben wir die Chance genutzt und gleich zugegriffen. Ja, für die, die es nicht wissen, ist es, glaube ich, der ehemalige Blackjack, wenn ich es richtig weiß. Genau. Was ist denn das für ein Motor? Weil ich glaube, das ist jetzt nicht der typischste Motor, der auf so einem Mini drauf sitzt. Nein, das ist ein einfacher Chevy Motor und wir sind auch neu mit dem Motor unterwegs und gucken mal, wie es funktioniert. Und ja, schauen auch mal links und rechts, wo es mal ein paar Teile gibt, falls mal ein Schaden passiert. Was wir nicht hoffen, zumindest nicht heute zum Anfang, weil wir noch nichts haben, aber dementsprechend schauen wir mal. Und was erhofft ihr euch denn generell von der Saison 2023? Also eher testen oder wollt ihr schon direkt so Angriff fahren oder ja? Nein, wir wollen einfach nur testen, Spaß haben, testen, probieren, was geht, was passiert und hoffen, dass der Motor durchhält. Okay, und wer darf den Jockey denn fahren? Ja, den Jockey fahre ich, ja, den Jockey fahre ich, um meinen Jugendtraum in Erfüllung zu bringen. Das ist okay, weil den Traum, den habe ich leider auch. Welche Platzierung erhofft ihr euch denn heute? Ja, wir gehen ganz gelassen ran und schauen mal, was dabei rauskommt. Und hoffen, dass nichts kaputt geht, ja. Ja, ich glaube, das ist auch erstmal so für ein neues Team erstmal so der Startpunkt auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch super viel Glück für heute und dass der Trecker läuft und nicht auseinander geht. Und ich bedanke mich recht herzlich für das Interview. Ich muss aber nochmal dazu, zu dem Team gehört nochmal eine Frau, die leider gesundheitstechnisch nicht dabei sein konnte. Daher gilt der erste Zug meiner Familie. Tag. Moment. Jetztoll mal deinasters Sam strengthen. Ņmen gut.